Wer Schaden anrichtet, soll dafür gerade stehen. Internationale Grosskonzerne mit Sitz in der Schweiz treten die Gewerkschafts- und Menschenrechte im Ausland oft mit Füssen. Das können wir als Gewerkschaften, aber auch als Menschen nicht zulassen. Die Konzernverantwortungsinitiative zieht hierbei die Fehlbaren zur Rechenschaft. Darum stehen wir für ein Jahr an der Urne hin.